Hasta la, bon suave muchachos, da sind wir am Stizzle, die Losers, wir zeigen wie der GTA 5 Custom-Brennen und mit dabei haben wir natürlich die Kehr-Dekoration, die Mabossa und aus Hogwarts eingeflogen, Kev Potter. Gebt doch einfach Gas, Dicke, was denn das Problem? Runde 2 und jetzt mache ich die beste Runde ever, wirklich, die beste Runde ever. Ey, es kann doch nicht wahr sein, Alter. Es war jetzt erstes. Ey, dieses Scheiß-Teil, ich hasse Spiralen. Guck mal, ei, 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 ei. Nein, 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 ich kann nicht. Ey, das kann, fick dich! Ey, ich habe mir so einen krassen Vorsprung überarbeitet, war die komplette Map erster und es kommt so eine Scheiße hier, Alter. Ja, ja, ey, und ich fahre jedes Mal gegen diese fucking Leitplanke. Weißt du, wieso ich einen Topf von Windmabossa bin? Ich mache ja meine Energy-Idee, dass ich nur zuckerfrei trinke und habe jetzt hier gerade einen Monster mit Zucker entdeckt. Und den habe ich mir gerade reingezogen und direkt mit meinen Skills mal 1000 multipliziert worden. Aber 0 mal 1000 ist immer auch 0. Das ist der Punkt. Du musst im Flow bleiben. Nordena, bitte lass es sein, ja? Ohne Witz, ich hasse so ein Gelaber, Alter. Ich weiß, wie es genau widersteht, aber... Nein! Stimmt ja! Ey, das ist unangenehm. Ey. Alter, die Spannung ist jetzt... Los! Anklärungsviel liegen ja auch noch, läuft. Und jetzt... Ist das ein Wichser? Ja, Mann! Die gesamte Spannung, ist das ein Wichser, Alter? Wirklich. Oh, Mann. Nein, ich habe auch nicht so ein Wichser. Ey, wie warst du denn, wenn ich den ersten Ländenste bin? Ey, ich warst du nicht, aber da fachst du an. Nein! Möse geschlottert. Nein! Nein! Kann ich... Den du darfst nicht! Du hast du geschlottert. Nein! Ja, Mann, ganz auf! Oh, Junge. Ist das Wichser. Oh, Mann, ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. So, first try. Junge, hat man da Marvins Beine schlottern sehen, dass er da die Reifen zerschießen musste. Da hat er sich nichts getraut. Da hat er sich nichts getraut. Ich habe einfach das Regeln gemacht. Habam! Und jetzt? Nein! Ich habe so gerade gestoppt, Mann! Ey, das kann doch nicht wahr sein. Alter, bin ich jetzt ein Ficker. Das mache ich auch nur, weil die Troy-Folge ist heute. Nein! Ey, aber warte, Kev, nicht bevor wir den Punkt erreichen, ne? Steig doch aus! Steig doch aus! Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ja! Ja! So, das hat nichts gebracht. Ja! Nein! Kev, du bist so ein... Ey, mit Annäherungsminen? Wie fühlt sich das an? Ja! Du... Ey, ganzen... Ey, Kev, das war... Das war richtig räudig, Alter. Weiter, 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 hinten. Oh, wieso springst du nicht? Ich habe so ganz lange losgelassen, ne? Auf der Mitte dieser Scheiß-Rodos hat dich losgelassen. Geh doch da hoch! Ey! Alter, ich bin echt mad, muss ich gerade sagen. Ich bin echt mad. Boah, diese Mad, die ist... Was? Was? Ich bin gestorben beim Aufsteigen aufs Fahrrad. Ich wollte aufsteigen und es ist, als wäre irgendwas explodiert, aber es ist nach links geflogen. Im Notfall könnte man cheaten, aber das ist ja eine Map. Da ist es ja möglich. Also, wir hatten schon Stellen, da ist es einfach nur nicht möglich. Oh! Es ist doch gar nicht so schwer. Man kann es doch ganz leicht schaffen. Hat doch mal eine Schnauze! Man muss sich nur konzentrieren! Und dann schafft man es gar... Nein! Ja, ganz ehrlich, der Song hat es mega gebracht, ich mache es nochmal. Das ist doch gar nicht so schwer. Man muss sich nur konzentrieren. Marvin! Ich bin jetzt einfach... Ich bin jetzt einfach gar nichts fixiert. Marvin, blocken Sie ihn! Wow! Oh! Shit! Wie kommt jetzt ein Schnauze? Hat er genug vor? Nein, Marvin! Hier ist jetzt Stopp! So geht das nicht! Halt! Stopp! Eh! Halt! Stopp! hier bleibt alles wie es ist bleibt alles so wie es hier ist lol du bist so ein ich habe deine haftbombe mit der schossähne und ich getrenne da fliegt der kaff raus da fliege ich raus wo den haben überholt wenn er erst mal macht hat das ich fahre jetzt oben ich fahre so behindert sein und diese einfache regeln nicht verstehen bei mir und er beides gemacht also in der letzten so ein hongkong jetzt schaffe ich es gerade einigermaßen jetzt aber teamwork trotzdem nicht doch ein reifen zerschossen erfährt einfach nicht hallo ich ziele nur um zu gucken jetzt schwingt er fährt nicht es macht sich selbstständig es ist einfach abgehauen ich habe mit diesem range nicht gerechnet alter was jetzt alter wie schnell alter nein ey traut mir die nüsse ihr dreckigen hoden kobolde ey ist unglaublich verpiss dich kev hol mir kreuzweise ein rechts links runter alter alter ja klar ey verpiss dich oh deko man alter diese wechselboys alter die wollen es ist so stressig es ist so verdammt stressig die scheiße hier und endlich warum keine wand neklar du bist einfach doch gegen gefahren deko du bist eine fikfressel ja fikfressel und 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 na ja Ich hab ihn noch ausgelöscht. Oh wie geil. Buh, Muchachos. Buh. Der Deko ist halt unterwegs, mich zu tun. Deko. Sag doch, der Troll wird zu... Was ist passiert? Er hat einen LKW einfach hinter vor den Flop gestellt, Alter. Da kann man nicht shoppen. Das ist ein Assi, Alter. Warte, warte, jetzt kommt... Ah fuck. Marvin, du musst was sagen. Ach ne, das war schon wieder Kev. Marvin, kommst du? Der Busfahrer hat's gerissen. Ey, ohne Witz. Der Deko hat Dena den ersten Platz überlassen, damit er mich trollt. Ist das mies? Was? Was? Ich hab die Rampe verpasst. Jetzt aber! Ich hab die zweite Rampe verpasst. So geht das. Ja, könnte ich als First Strike halten, ne? Muss man ja mal... Wuhu... Wuhu... Oh ja! Ich hab... Nein! Oh Mann! Nein, ich bin aufgekommen, aber... Nein! Come on! Alter! Die Rettung! Die Rettung! Boah! Alter! Wie ich mich da gesaved hab! Unglaublich Speed! Das ist aber ne klasse Scheiße hier, ne? Wie crazy shit ist das? Alter! Ihr hättet... Marvin! Marvin, es ist Zucker! Es ist Zucker! Oh, hab ich gefahren! Das gibt's doch nicht! Ja, ja, ja! Komm, komm! Komm, komm! Nein, nein, nein! Ja! Ja! Perfekt reingefahren, ne? Nein! Deko, warum stehst du da? Flippt der denn? Ey, ich war perfekt und dekor die kleine Mistratte! Ich trete dir in dein Scheißgesicht! Ey! Ich bin da gerade selber... Verpiss dich hier! Ich hab mich da gerade selber erst verkackt, ne? Ich war auf dem... Zum Henker, alter! Guck dir wie ausrasten! Dann der... Zieh nicht Marvin, alter! Käpf hat's noch jetzt, ey! Endlich! Finally! Drück mich! Drück mich! Nein! Haben beide nicht geschafft! Ich hab's auch nicht geschafft! Mavi, ist das denn fucking ernst, alter? Oh, Mann! Ich fall zum vierten Mal hier hoch! Verfickte Scheiße noch mal! Ich komm hier nicht hoch, alter! Ich komm hier nicht hoch! Ey, ich war die ganze Zeit nur diese Scheiß-Strecke nach oben! Was ist das? Warum?! Bastard! Ich hab da... Ey! Ey, wie du mir soll ich dir? Ich hab dir nichts Blödes angetan, also... Du hast mich eben grad weggeschoben, du Bastard! Weggeschoben, ja? Ich fall zum fünften Mal hier hoch, alter! Es gibt ja immer noch einen Unterschied zwischen... Oh, scheiße, alter! Ich komm immer nicht... ... zwischen Schieben und Schießen, ja? Was? So... Kriegt's noch Erdbeben! 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 Die Russen kommen! Was ist hier los? Die Russen kommen, alter! Ich bin unter der Map! Ich muss respawnen! Ich auch! Ich kann gar nicht mehr! Was passiert hier, Mann? Alter! Ich respawn mal eben! Okay, mit respawnen geht's! Alter! Das Pokémon, um zu verstehen... Was in diesem... ...mach... ...belang! Ba-ba-bam-bam! Pokémon! Komm, schnapp sie sehr! Dein Herz ist gut! Wir vertrauen auf unseren Mut! Ich lerne von dir und du von mir! Pokémon! Oh, oh! Ich springe! Nein! Wuh! Marvin! Marvin! Ey, du bist so ein dreckiger Hoden, Cowboy! Beweg dich doch! Deko! Das hört sich nach grandiosem Pech an! Deko! Deko! Und Danny wird auch noch nicht erst... Wie lange bin ich nicht erster geworden? Komm, bitte, bitte, bitte! Das wundert mich jetzt aber auch! Hä, Deko war noch am ersten Platz? Das hätte ich jetzt nicht gedacht! Das wundert mich auch, wenn ich euch sein sollte! Hä? Hä? Das ist falsch! Ey, das ist ein Fehler! Er muss eine Runde mehr fallen! Das ist ein Fehler! 100%ig! Das muss ein Fehler sein, eigentlich! Das ist ein Fehler in der Matrix, er muss einfach eine Runde mehr fallen, lol! Deko mach ich erst mal nichts, weil Deko hat mich auch nicht abgeballert! Aber Deko ist echt langsam! Aggressiv! Gelaunt! Aggressiv! Kinodiskussion! Was für aggressiv? Ich bin todesentspannt! Ja, Kinodiskussion sind immer aggressiv! Apropos Kinodiskussion! Nein! Ey, wie langsam bist du denn? Ich gebe Vollspeed! Du bist so ein verfickter Hodenlappen! Aha, so mit dem Thema, wir sind nicht aggressiv! Ja, klar! Ei, 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 ei! Es ist... was Kniffliges! Wer? Hey! Willst du mich ver... Hey! Du bist so ein dreckiger Fickermann! Oh, nice! Der Ziemann wird heute Abend ganz sicherlich nicht bei dir vorbeischauen! Aber vielleicht schaut er bei euch vorbei! Was ist denn? Was ist denn? Ey, habt ihr alle Eier in dem Gesicht? Baume? Was ist denn los mit euch? Ich würde sagen, ey! Das war doch keine Absicht! Ich habe doch keine Absicht! Ich habe doch keine Absicht! Ich hoffe, dass du das mit euch verletzt hast! Ich habe doch keine Absicht! Ich habe doch keine Absicht!